Ich bin nicht schier, ich bin nicht schön, und meine Tante, die Tante Lehn, die sagt sogar, so Mädchen sollen heute wahr sein. Ich bin nicht mager, bin nicht fit, und trotzdem findet mich keiner Schick. Ja, kann doch das, was meine Tante sagt, nicht wahr sein. Einst hat für mich sie inserviert, da schrieb ein Herr, sehr gut situiert, auch er wär einsam und er trügt das nimmer mehr. Doch als sie ihm ein Foto sammelt, schrieb er leider meiner Tante, da bleibt er lieber einsam mit bisher. Ich weiss, ich taug nicht viel, ich hab ein Sechsepil, wie ein Porzellan und Misskäfer. Ich hab ein Charme in mir, wie eine Ofentür, und noch nen Vornamen, wie fein. Die Mutter, die red mir ein, die Männer wollen behandelt sein, aber wird das einen Sinn? Wenn ich es verstehen möchte, und die Augen verdrehen möchte, es schauert ja doch einmal hin. Ich such einen, den ich will, und find keinen, der mich will, nur weil ich so unscheinbar bin. Ich bin nicht reich, ich bin nicht arm, verlernt ich kennen einen Gendarm, der wollte unbedingt mit mir das Leben wandern. Er hat mir so den Hof gemacht, hat um die Erbschaft mich gebracht, wie sich er fuhr, er geht um noch mit einer anderen. Und dann, hohes Gericht, er kam zu mir, seit Diensteree Wolfert, der lag hier. Ich weiss bis heute nicht genau, wo mir's passieren. Er lag ja da, ganz klein und bloß, und ich, ich war auf einmal groß. Zum ersten Mal im Leben hab ich fünf, fünf, vier. Nein, Herr Verteidiger, sonst bitte nimmermehr, dass ich ein reizbares Häfer, das ein Komplex ich hab, weil keinen Sex ich hab, und noch den Vornamen FIFA. Recht haben's Herr Staatsanwalt, ich gehöre in die Strafanstal, so wie sie's g'sorgt haben, verhängt. In so großen Lettern stand in allen Blättern von mir und mit Fotografie ein freies Spruch, ich kann's ausgehen, ja gut, es wird so ausgehen, nur weil ich so unscheinbar bin. Ja, nein. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020